Hallo YouTube und willkommen zum kurzen Frontkamera-Testvideo vom Samsung Galaxy Tab 2, 7 Zoll Variante. Ich halte das Gerät jetzt im horizontalen Modus. Ich weiß, normalerweise würde es man hochkant halten, aber ich finde halt für Videochats und Aufzeichnungen und alles halt diesen Breitband, ja nicht Breitband, Breitbildaufnahme dann doch etwas gescheiter. Auch wenn man sich immer kontrollieren muss, dass man links da im Rahmen, wo die Kamera ist und nicht einfach geradeaus auf das Display guckt, schaut. Auf dem Display sieht diese Aufnahme wirklich grausam aus. Nein, das liegt nicht daran, dass ich im Bild bin, sondern einfach nur von der Bildqualität. Ich hoffe, das wird gleich am Rechner und hochgeladen auch besser aussehen. Es ist glaube ich nur eine 0,3 Megapixel Kamera. Die Aufnahmequalität wird sich deswegen auch in Grenzen halten. Mal gucken, wie die Soundaufnahme ist und eigentlich habe ich jetzt die Minute voll gelabert. Vielen Dank fürs Zugucken, macht es gut und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!